Was sagt die Straße? Extremismus. Links oder rechts? Gegen Nazis geht man ja gern auf die Straße, was auch gut so ist, um den Gedanken der Demokratie zu verteidigen. Aber der Extremismus der linken Seite wird dabei gerne mal vergessen. Sind wir auf dem linken Auge also blind? Oder ist das Ganze eine eindeutige Sache, weil rechts sowieso viel schlimmer ist? Wir fragen nach, was sagt die Straße? Welchen Extremismus findet ihr denn schlimmer, den Linksextremismus oder den Rechtsextremismus? Rechts. Ich würde sagen Rechtsextremismus. Auch rechts. Ja, ich auch. Und warum? Naja, Aussehen der Feindlichkeit finde ich jetzt nicht so toll. Finde ich auch. Man sollte keinen diskriminieren, zum Beispiel wegen der Hautfarbe oder so. Ich würde sagen, Rechtsextremismus ist noch eine Spur schlimmer, gerade wegen den Verbrechen der Vergangenheit. Aber auch der Linksextremismus, es passieren einfach viel zu viele Gewaltverbrechen. Und es lässt halt auch keine richtige Demokratie zu, so einem Linksextremismus. Grundsätzlich ist für mich Extremismus gleich Extremismus. Also egal, ob es jetzt Rechtsextremismus ist oder Linksextremismus. Man würde zuerst sagen Rechtsextremismus, aber wenn man näher hinschaut, ist Linksextremismus eigentlich genauso schlimm. Also ich finde beides jetzt nicht so in direkten Ordnung. Am besten wäre natürlich, wenn sich alle in Frieden behandeln würden. Also alle Gleichberechtigung ist das, was zählt. Was meint ihr denn, was könnte denn der Staat oder die Regierung tun, um mehr gegen Extremismus vorzugehen? Schon in der Schule anfangen, mehr aufzuklären, also den griechischen Unterricht zu intervenisieren. Ja, ich denke auch, Aufklärungsarbeit wäre wichtig. Gerade so etwas wie Verbote finde ich nicht so gut. Das schränkt natürlich auch wieder ein. Das sollte eigentlich in einer liberalen Gesellschaft nicht sein, dass man einfach irgendwas verbietet. Aufklärungsarbeit ist, glaube ich, auch sehr bedeutend. Denn durch Aufklärungsarbeit könnte man halt unter den Menschen ein bestimmtes Toleranzverständnis herstellen, das dazu führen könnte, dass man Menschen anderer Länder, Menschen anderer Kulturen besser achtet und respektiert. Gerade in den Problembezirken sollte mehr gearbeitet werden, weil gerade wo die Armut groß ist, neigt man ja eher dazu, rechts oder links sich anzuschließen und teures Leben. Es geht vor allem darum, dass man Arbeitslosigkeit bekämpfen sollte, weil komischerweise lässt sich feststellen, dass Jugendliche, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, eher zu rechtsextremen Meinungen neigen als andere, die, sagen wir mal, erwerbstätig sind. Ich glaube, Extremismus entsteht ja insgesamt, wenn die Bevölkerung nicht zufrieden ist. Und dann soll der Staat eigentlich irgendwie dafür sorgen, dass die Bevölkerung insgesamt zufrieden ist. Kann das Volk oder die jungen Leute auch direkt was dagegen tun? Ja, das bekämpfen wir auf jeden Fall. Das nicht unterstützen. Also keineswegs, dass sich einfach die Leute untereinander friedlich behandeln. Einfach sagen, ich mache das nicht mit und einfach, ja, weil es irgendwo zum Beispiel zu einer Keilerei kommt, einfach mal jemand Bescheid sagen oder selbst dazwischen gehen. Einfach sich ein bisschen engagieren dafür. Zivilcourage. Sich eine eigene Meinung bilden, nicht irgendwie durch Gruppenzwang beeinflussen lassen. Viele junge Leute, würde ich sagen, brauchen irgendwie Halt. Und ich denke, solche Organisationen oder, ja genau, solche Bündnisse geben diesen Jugendlichen auch Halt. Deswegen ist es schwer zu sagen. Also ich denke, die jungen Leute können selbst am wenigsten machen, natürlich selber bilden. Aber ich denke, es liegt eher an den Eltern am Staat, auch an der Schule, die etwas dagegen unternehmen müssen. Wie wir gehört haben, die meisten finden beide Arten von Extremismus nicht so genial. Aber es gab schon eine leichte Tendenz in Richtung rechts. Was gefordert wird, ist einmal mehr Aufklärungsarbeit. Ein Dialog zwischen links und rechts wäre auch nicht so schlecht. Und man sieht, dass die Leute denken, dass aus Unzufriedenheit im Volke Extremismus entsteht. Was denkt ihr denn, was man gegen Extremismus tun kann? Kommentiert dieses Video, sagt uns, was ihr denkt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.